Der Nachfolger von Jan Argefjordhoff, der wird dringend gesucht. Jetzt abgelegt, jetzt gibt es die Chance für Goretzka und da ist der Ball drin. Und den muss Martin Hinteregger auf seine Kappe nehmen. Oh, Achtung, Vorsicht, Sané hat schon Platz über die linke Seite. Sané hat eine vor Trab und der mit einer herausragenden Parade. Und vorhin Hinteregger! Der Ball ist im Tor! Er macht's wieder gut, Tinti zum 1 zu 1. Jetzt ein langer Ball, der Versuch, Mami Touré, der ist frei von Meuer! Und Meuer mit der Fußabwehr. Wir sind da, wir können hier was holen, wir sind gut. Blanke rein, der Wendowski, was eine Parade von Kevin Trapp! Kevin Trapp mit einer Parade, die war wahnsinnig. Mit dem Fuß, der zuckt dann da raus. Lewandowski rechts raus, jetzt ist gefährlich, Napri, Napri! Und wieder ist es Kevin Trapp. Also man muss sagen, es ist bisher das Spiel des Kevin Trapp. Ganz entscheidende Phase jetzt in diesem Spiel. Oh, das stimmt nicht so, super gemacht. Kostic, Abschluss! Tor! Tor! Philipp Kostic! Was für ein Strahle die lange Ecke ist, die 2 zu 1 zu Eintracht Frankfurt! Unfassbar! Ich werde nachisch. Unfassbar! Unfassbar! Auswärtssieg, ruft die Kurve. Oh, jetzt ist der Schuss wirklich kein! Kevin Trapp ist wieder. 90-20. Es ist fertig! Ja! Es ist fertig! Aus! Aus! Die Eintracht gewinnt! 2 zu 1! Philipp Kostic und die Jungs, sie gehen alle zu Kevin Trapp.